Der Klub spielt gegen den Hamburger Sportverein. Der letzte Spieltag im Jahr 2023. Klubfans, damit herzlich willkommen zum neuen Stadion-Vlog gegen den HSV. Wie gerade schon gesagt, heute zeig ich euch wieder andere exklusive Einblicke vom Spieltag, von der Kabine und so weiter. Einen Gast habe ich diesmal nicht, aber ich interviewe ein paar Fans und dann schauen wir mal, was es sonst noch so gibt. Ja, Can, ich habe dich jetzt spontan abgegriffen. Du bist verletzt, erzähl mal, was hast du? Immer noch Adduktorenschmerzen leider. Seit Düsseldorf-Spiel schon war es noch ein bisschen nicht so schlimm, da dachte ich, es geht noch. Aber seitdem wurde es ein bisschen schlimmer. Jetzt war es wieder besser im Training, aber noch nicht bereit für das Spiel, würde ich sagen. Okay, aber es ist jetzt nichts Schlimmeres, dass wir jetzt länger auf dich verzichten müssen? Nein, nein. Also ich denke, nach der Winterpause bin ich wieder ganz dabei. Sehr gut. Ja, heute gehen HSV. Was erwartest du für ein Spiel? Boah, es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Ich denke, HSV muss heute ein bisschen, weil der Anlage ist auch nicht so brillierend. Wir haben auch Bock, das Spiel zu gewinnen. Let's time, wieder heim. Ja, wird ein cooles Spiel, denke ich. Was ist dein Tipp? Wer macht die Tore? Nene Brown macht halt ein Tor. Nene Brown? Nene Brown macht halt ein Tor. Welche Minute? Boah, also 27. Minute. 27.? Ja. Wie gesagt, eine Rücknummer dann? Ja. Also geht es 1-0 für uns, sagst du? Ja, ich sage 1-0. Okay, gut. Willst du sonst noch etwas sagen? Für den Klubfans einen Grußwunsch zu Weihnachten oder so? Ähm, feiert schön, hat eine schöne Zeit und wir sehen uns in der Rückrunde. So, machen wir das. Also ich tippe 2-0 für Nürnberg. Ich sage, das wird heute ein 2-1 für den Klub. Mein Tipp ist 1-1. Ich tippe 2-1 für den Klub. 1-0 Nürnberg. Da ich ja HSV für den 2-0 haben, Hamburg. Zweimal Schleimer. Ich sage, Nene Brown macht beide. Schauen wir ran. Für den Gegner ist mir wurscht. Zweimal Schleimer. Äh, ja, bin ich auch dabei. Für Nürnberg, wenn sie Tore schießen. Wenn überhaupt. Nene Brown. Welche Minute? 27.? So Klubfans, jetzt haben wir noch ungefähr so 5-10 Minuten bis man anfifft. Für den Jeltsch wird hier gerade im Hintergrund noch einmal geehrt. Mit so einem emotionalen Video. Und ansonsten seht ihr gleich mal die Tunnelbilder, wie die Jungs gleich rausgehen und dann die Highlights vom Spiel. 10 Minuten bis jetzt rausgehen. 10 Minuten bis jetzt ist es auch immer wieder rückt. Doppelgängel Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Klubfans, jetzt steht es zur Halbzeit 0-0. Ich glaube, es hat bis jetzt echt einiges geboten. Es gab viele Chancen auf beiden Zeiten, aber ich glaube, am Ende sind es sogar mehr Chancen für uns. Jetzt schauen wir mal, was die zweite Halbzeit bietet, aber ich habe immer noch ein gutes Gefühl. Chancen Tipp mit Nene Brown in der 27. Minute, der ist jetzt schon mal nicht aufgegangen, aber gut, schauen wir mal. Ich bin guter Dinge. Ja! 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 Ja Klubfans, 2-0 verloren gegen HSV, tut glaube ich jedem extrem weh, weil die Chancen glaube ich da waren, dass wir das Ding ziehen, ja extrem bitter glaube ich, ich glaube ihr führt alle mit. Klubfans, ich wünsche euch trotzdem frohe Weihnachten und einen schönen Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns dieses Jahr wieder bei neuen Stadion Vlogs, Cockbuch und dann sehen wir uns im neuen Jahr, tschau tschau.